Naja, räumen wir noch ein paar Hindernisse aus dem Weg. Lassen wir euch alle noch mal nachladen. Oh, und jetzt kommen schon wieder wieder ein Panzer, die so... Was für Panzer haben? Was ist das denn jetzt schon wieder? Was ist das? Oh, macht's platt. Keine Ahnung, was das ist. Oh mein Gott, und jetzt kommen noch mehr davon. Oh mein Gott. Ich hab so verloren. Oh, die Verstärkung braucht noch eine Minute. Ich wollte mal eine geniale Idee von mir, keine... äh, 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 Reparatur-Anhalt mitzunehmen. Komm, schick das Ding in die Luft. Oh, und die Cyborg schon wieder. Fickt euch ins Knie. Ich bin nicht sicher. Ja, war ein Cyborgs, oder? Ja, öfff. Die Spielfigur-Männchen, da. Obstirb! Boah. Geht mir jetzt schon wieder auf den Sack? Nach 22 Sekunden. Nach 22 Sekunden bekomme ich Verstärkung. Verstärkungen sind eingetroffen. Landezone nicht sicher. Ist mir egal. Ich schick grad eh nix. Okay, ich weiß noch jetzt alle mal den Commander zu. Wenn ich die Einheit erwische... Nein, ihr sollt da nicht da hinterher fahren. Stellung halten ist auch für den Arsch, weil es nicht funktioniert. Fahrt da weg! Ach. Ich kann die restlichen nicht mehr anvisieren. Na, jetzt aber. Jetzt aber. Wo ist der Commander? Nein, dich muss ich auch noch zuweisen. Nur aber. So, du brauchst jetzt gleich mal... Ihr, ja, du, ihr. Irgendwer halt. So, langsamer, langsamer. Wie viele Einheiten kann der Commander noch zuweisen? Eine. Also muss ich einen Commander mitnehmen. Also packe ich einen Commander. Halbketten. Python. Noch so. So ein Ding. Dann nennen wir noch einen mit. Dann nennen wir noch einen mit. Schick los. Wir brauchen dann gleich noch ein paar von den Dingern. Irgendwo. Wo Platz ist. Irgendwo. Da. Okay, die werden wahrscheinlich gleich wieder angegriffen werden, aber egal. Boah, wenn ich wenigstens speichern könnte. Speichern, ja. Ich meine, wenn ich wenigstens was erforschen könnte. Aber nicht mehr das darf ich. Egal. Also los, repariert euch. So sieht aber nicht reparieren aus. So sieht eher aus. Fahren wir dumm in der Gegend rum. Machen nix gescheits. Ey, was es wohl auch ist. Kuppe 3, meldet euch. Nein, ich weiß nicht, dass das Ding da auch hat. Konstruktion abgeschlossen. Brauch's lieber rüber. Das ist nicht so nah an der netten Einrichtung des Feindes. Da, warum haben die so viele Verteilungseinheiten? Habe ich doch auch nicht. Das ist nicht so nah an der netten Einrichtung des Feindes. Nein. Nein. Wir doch nicht. Das ist viel zu blöde. Warum kann die Luftabwehr eigentlich nicht auf den Boden schießen? Das ist doch völliger Blödsinn. Sag mal, warum fahrt ihr denn jetzt hinterher? Wozu stelle ich Position? Halten! Ein! Verdammt nochmal! Wo soll ich das überhaupt eingestellt? Wenn sie es eh wieder zurückstellen. Was ist denn das für eine Scheiße? Speichern. Komm. Dreifelt jetzt ganz dann unter. Ihr blastet jetzt mal das Ding da weg. Oh, blasts weg. Oh, das hätte die Luftabwehr. Die ist völlig bedeutungslos. Gut, vielleicht wenn ich Lufteinheiten holen würde, besser das nimmer. Aber sonst? Na komm. Mann, 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 Mann. Da, blast mal das Gebäude weg. Können die überhaupt aufs Gebiet Position halten befehlen? Gefühl habe ich jetzt mal überhaupt nicht. Egal. Wir haben die Schlagkraft. Wir vernichten sie einfach mit unserer überlegenen Technik. Die wir zwar überhaupt nicht haben, aber egal. Ich sage einfach mal, wir haben sie. Komm. Boah, und warum bricht die Framerad schon wieder so ewig ein? Was ist denn das jetzt? Passt doch irgendwas nicht. Soll es so nicht sein. Es läuft dann irgendwie unflüssig. Aber was ist das? Ist doch alles ausgeschaltet. Lief doch vorher auch immer. So voll ist die Festbreitung noch gar nicht. Verstärkungen sind eingetroffen. Okay, verlangsamen das Spielgeschehen. Hopp, zurückziehen. So. Neun von euch weise ich jetzt dem Commander dem dazu. Du auch. Zwei von euch weise ich dem Commander und dich weise ich dich weise ich äh, dem dazu. Ideal, Standard. Oh, und warum ist die Framerate so niedrig? Was soll das? Warum? Das letzte Mal geht die doch auch permanent mit 30. Also, Aufnahmengeschwindigkeit jetzt. Da passt doch was nicht. Ja, nö. Jetzt hab ich wieder 30. Hoffentlich bleibt die doch auch. Wahrscheinlich nicht. Na, egal. Wir werden es doch so erkennen können, hoffe ich mal. Boah, falsche Stellung. Scheiße. Das Ding will ich doch... Oh, ich hab keinen Non-Transporter vorgeladen. Bin ich blöd oder was? Was ist eine rhetorische Frage? Wer darf? Keine Antwort. Antworten sind unerwünscht. Äh, dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Dich auch. Ah, fickt euch ins Knie. Und warum fahrt ihr so weiter rauf? Warum? Was? Wo fahrt ihr denn hin? Oh, komm, ey. Warum seid ihr jetzt da raufgefahren? Das haben wir doch überhaupt nicht bevor. Komm, nee. Komm, macht sie platt. Das Ding macht er auch platt. Oh, wie herrlich, wie sie vorbeischießen. Okay, wir müssen da mal irgendwas machen. Aufhängung, komm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So. Sollte ausreichen. Vor allem ist das nicht mal eine richtige Basis, was ich da gerade platt mache. Ach, wie scheiße ist das denn? Na, speichern wir gleich nochmal. Sicher ist sicher. Ach, die Luftabwehr auch mal was. Ich hab doch der Luftabwehr mitgenommen. Sie steht nur hinten rum und macht nichts. Wie geil. Egal. Ja, da ist mal alles platt. Konstruktion abgeschlossen. Ich stelle echt nur hinten rum und macht nichts. Oh, Gott. Wie scheiße ist das denn? Oh, und wieder ein engen Pass nach oben. Komme ich da irgendwo rüber? Nein. Nicht so wirklich. Konstruktion abgeschlossen. Äh, was? Ach ja, richtig. Ich baue da ja Türme. Was macht überhaupt die Luftabwehr? Gar nichts. Halt echt. Die macht gar nichts. Flackturm. Wie soll es das bitte in Flackturm, wenn er nicht zurückschießt? Kann ich da rüberfahren? Äh, sieht schlecht. Sieht gut aus. Ja, doch. Geht. Achso, okay. Dann kann ich ja da dann... Also da rüberfahren, noch irgendwas platt machen. Ja gut, wenn ich da auch rüber kann... Will ich da erstmal nicht rüber. Ich will da nicht rüber, weil ich da rüber kann. Ah, ich bin... Ein schlauer Hund. Äh, warum auch immer. Und ich laber viel Scheiße. Sehr, sehr viel Scheiße. Zyklonflack. Konstruktion abgeschlossen. Wir bauen da einfach noch ein paar Flacks hin. Direktion in die Türme. Womit ihre Angriffskraft wahrscheinlich komplett sich auflöst. Und meine Flack macht halt echt nix. Wozu hab ich euch mitgenommen, wenn ihr eh nicht zurückschießt? Was ist das für ein Müll? Wollt ihr mich verarschen? Oh ja, das wollen wir! Uff. Ja, komm, verpisst doch hier. Konstruktion abgeschlossen. Scheiß Wichser. Hätte ich jetzt fast gesagt. Verstärkungen sind eingetragen. Kann ich meinen Commander noch zuweisen? Acht Einheiten nur? Oh. Komponentein, melden! Scheiße, ich hab 10... Ach, bin ich blöd. Äh, ich mein, ich bin schlau. Ja, das war... Taktisch klug. Warum auch immer. Sind voll zugewiesen, oder? Ja, gut, dann nehm ich jetzt den nächsten Commander mit. Commander! Panzer... Punkbuster... Äh, Kanonen... Kann ich mal alles mitnehmen, so eine Scheiße. So eine... Konstruktion abgeschlossen. Oh, da repariert ihr da mal die Türmen und ihr repariert euch und... Oh, sie schießen mal! Achso, das ist die Bodenverteidigung. Äh, meine mobilen Einheiten schießen nicht. Neut. Die sagen nur, leck dich, äh, leck mich, leck uns. Ach, was auch immer. Ihr keilt euch ein wenig. Nein, ja, unendlich reingekeilt. So, also das nächste ist das da. Warum auch immer ich das platt machen will, ich will's. Und wir bauen noch einen Sensor-Turm. Ach, ich baue mal so einen Turm. Keine Ahnung, ob der irgendwas bringt. Ich baue da halt mal. So, jetzt hat genug repariert. Vielleicht bringt der ja was gegen angreifende Feinde oder so. Keine Ahnung. Bauen wir zweite. Eigentlich solltet ihr den ersten Satz fertig bauen, aber... So geht's auch, wenn ihr unbedingt so wollt. Mir egal. Ich frage mich gerade, ob die Artillerie bis da rauf schießen kann. Sehr gute Frage. So, bauen wir abwechselnd morgen weiter. Mal da, mal da. Konstruktion abgeschlossen. 0-1 hat nicht zugefügt. Hm. Hm, grinsch haben wir überhaupt nichts. So, was hatte jetzt die höhere Reichweite? Hobitze oder... 5000? 11.000? Ah ja, okay. Die Ripley-Raketen. Ripley, Ripley. Ripple, nein, Ripple. Ich komme hier auf Ripley. Keine Ahnung. Ich baue jetzt mitten in den Weg. Nein. Damit die Einheiten garantiert alle drin stecken bleiben. Und zwar meine Einheiten. Ich habe noch Zeit. 14 Minuten gut reicht. Jetzt will ich mal wissen, wie weit die schießen können. Hm, ich bin so schlau. Können die da rauf schießen? Konstruktion abgeschlossen. Also schön weit können sie schon schießen. Aber können die auch da rauf schießen? Wahrscheinlich nicht. Ich greise manuell an. Manuell, ja genau. Ich glaube, das ist ja nicht digitaler. Nein, manuell. Analog. Äh, was? Was erzähl ich da schon für ein Schmann? Gebäude wird angegriffen. Ziemlich großen auf jeden Fall. Also, wie immer halt. Konstruktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Verstärkungen sind eingetroffen. Geile Scheiße. Aber da oben ist gar nichts. Oder, Moment. Oh doch, da sind feindliche Lancer. Mach die platt, komm. Und wenn ich jetzt Luftkissen hätte, könnte ich dann überfahren. Aber ich habe keine Luftkissen. Weil ich gedacht habe, Luftkissen sind scheiße. Deswegen baue ich keine. Und ich werde auch weiterhin keine bauen. Nein. Mach einer Patienten. Ja. So. Also. So. Vielen Dank.